Die entspannte Nachtruhe ist gleich vorbei. Ein paar Ziegen schlafen mehr oder weniger gemütlich in ihrem Käfig. Aus der Dunkelheit schießt plötzlich ein Leopard über den hohen Zaun. Panik bricht aus. Die Ziegen rennen um ihr Leben, doch eine hat keine Chance, wird zum Mitternachtssnack. Ihr Todeskampf vergeblich. Im Gehege wird es wieder ruhig, doch von den verschreckten Ziegen traut sich keine mehr in den Auslauf. Rund 14.000 Leoparden leben in Indien. Durch die Erschließung von Wohngebieten in und um Wälder dringt der Mensch immer weiter in den Lebensraum von Leoparden ein. Immer häufiger kommt es deshalb auch zum Konflikt zwischen Mensch und Tier. Die Ziege des Bauern, in diesem Fall für den Leoparden eine leichte Beute.